Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein Eigenheim in Redgendorf. Dieses charmante Rhein-Mittelhaus in Redgendorf, einer idyllischen Ortschaft am Schweriner Außensee, bietet ein naturnahes Zuhause mit guter Anbindung an die Landeshauptstadt. Er baut im Jahr 1994, erstreckt sich das Haus über drei Ebenen und bietet 132 Quadratmeter Wohnfläche. Ideal für Familien. Nur 550 Meter trennen Sie vom nahegelegenen See, der zu Spaziergängen und Wassersport einlädt. Das Haus besticht durch eine solide Bauweise und eine durchdachte Raumaufteilung. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein großzügiger Wohn- und Essbereich mit viel Tageslicht. Eine praktische Küche mit angrenzender Speisekammer und ein Gäste-WC. Das Obergeschoss umfasst drei Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Im Dachgeschoss befinden sich zwei weitere Zimmer, die vielseitig nutzbar sind, sowie ein Raum mit Ausbaupotenzial. Aktuell vermietet, bietet das Haus ab Sommer 2025 die Möglichkeit zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Diese Flexibilität macht es besonders attraktiv für Käufer, die sowohl an einer zukünftigen Eigennutzung als auch an einer rentablen Investition interessiert sind. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichern. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.